Wohl mehr als 100.000 bunte Überraschungseier säumen den Strand von Langeoog. Die Invasion der Plastikkapseln hat die ostfriesische Insel dem Sturmtief Axel zu verdanken. Der warf etliche Schiffscontainer über Bord. Die Ladung landete dann in der Nordsee. Nun wird Langeoog quasi zur Osterinsel. Doch so schön bunt und witzig dies im ersten Moment zu scheinen mag, so ernst ist es auf den zweiten Blick. Das Treibgut besteht aus Plastik. Inselbürgermeister Uwe Garrels betonte gegenüber dem NDR, dass es sich hierbei um Müll und damit eine große Umweltbelastung handelt. Jeder, der die Behälter aufsammelt, hilft somit Tier und Natur. Neben den Überraschungseiern wurden am Donnerstag auch Lego-Bausteine und Figuren am Strand entdeckt, sowie weiteres Spielzeug in Plastikbeuteln. Viele Freiwillige, darunter auch Urlauber und der Inselkindergarten, machten sich am Mittwoch und Donnerstag auf den Weg zum Strand und packten kräftig mit an. Die Insel lässt den Großteil des Plastiks entsorgen. Zugleich dürfe aber jeder Lego und Überraschungseier auch mit nach Hause nehmen. Wer für die Kosten der Entsorgung aufkommt, ist derzeit nicht klar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt noch nach dem Verursacher der Verschmutzung.